Musik Ich stehe hier auch vor einer großen Herrschaft. Mit wem habe ich die Ehre? Im realen Leben mit dem Stefan und die Figur heißt Charles die Kräuter I., Fürst von Chimai und Träger des goldenen Vlieses. Das goldenen Vlies ist ja damals als höchste Auszeichnung ausschließlich vom Kaiser verliehen worden und war auch dann dementsprechend auch nur dem dann unterstellt. Also keine anderen Herzöge oder sonst irgendwas konnte ihm einen Auftrag geben. Wie waren die letzten Wochenenden jetzt, also viel im Einsatz? Die Wochenenden, das ging ja eigentlich schon in der Vorbereitungszeit vor drei, vier Jahren ja los. Und natürlich vor dem Aufbau haben wir ja angefangen am 29. April und bis eigentlich kurz vor Festbeginn. Und ja, sehr kräftezehrend, aber deswegen genießt man es ja und leistet den ehrenamtlichen Beitrag, dass es einfach zur Gesamtkomposition und zum Gelingen des Festes beiträgt. Und etwas Wehmut wahrscheinlich dabei, die Rolle erst wieder zu spielen in drei Jahren? Ja, die Rolle ist natürlich schon wehmütig, weil es ja dann doch am Ende des Tages doch Spaß gemacht hat. Aber wie es immer ist, jetzt geht es rum, der Bart kommt ab. Das war im Übrigen auch dann ein Vorbild vom Original. Das zeige ich vielleicht jetzt danach, klein noch. Und dann kehren wir wieder ins reale Leben zurück. Also Authentizität ist wichtig. Das fängt auch sogar mit dem Bart hier an. Wie mit dem Bart, ja. Und fängt mit dem goldenen Vlies, und hört mit dem goldenen Vlies auf, ja? Genau, richtig. Wow, okay, Respekt. Ich meine, ich muss auch sagen, ich bin ja massiv beeindruckt von eurem Lager Ems hier. Also der öffentlich zugängliche Bereich, aber auch hier das kaiserliche Trabantenzelt. Also es ist schon wirklich gigantisch, was ihr da auf die Beine gestellt habt, muss ich sagen. Auch viel Arbeit dabei, ja. Und wie es ja gestern schon dann anklang, konntest du ja mitessen und einfach die Atmosphäre aufnehmen. Ja, die war wahnsinnig. Ich habe mich wirklich wie in einer Zeitmaschine versetzt gefühlt, wirklich. Ja, es ist unvergesslich. Einfach ein unvergessliches und ein wunderbares Erlebnis. Ich glaube, das ist ein gutes Statement für alle, die noch nicht da waren. Die verpassen was, also wer noch nicht hier ist. Im Gegensatz zu anderen Mittelalterfesten ist hier der Gast gerade in den ganzen Lagern von der Stimmung umhüllt. Wenn man jetzt als prominentes Beispiel die Landshuter Hochzeit nimmt, da ist der Umzug natürlich grandios. Aber für den Gast, der geht eben auf vorgefertigten Wegen und kann die Lager nur von außen betrachten. Und hier hat man also dann wirklich das Gefühl, dass der Gast von der Atmosphäre umhüllt ist. Das kann ich 100% bestätigen. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich will auf jeden Fall wieder dabei sein. Genau. Vielleicht jetzt noch als Ergänzung. Die Rolle vom Charles Dickroy den Ersten, der war auch sogar dann späterer Taufpate vom Kaiser Karl den Fünften. Ich muss ja nochmal sagen, wenn ich da dabei bin, diese Rolle als Schultheist gestern, die war ja sensationell. Macht ihr sowas öfters? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also es war ja wirklich... Naja, das ist ja Gerichtsschauspiel. Wasser verweilen, schau noch. Los, Bier haben wir. Das Wasser ist doch jetzt sicher. Hoffentlich, das ist ein Bier. Ah, steht gut. Noch ein Paskottchen. Befreit ihn mal kurz aus der Schandgeige. Ich muss mir sein Antlitz persönlich in Augenschein nehmen. Und eben vom Fähnlein Ems ins Leben gerufen. Und nachdem mein Vorgänger, klar, aufgrund der Zeit, wo er es schon gemacht hat, dann immer begleiten wollte, war also diese Stelle vakant. Und man hat mich dann befragt, ob ich sie übernehmen würde. Und habe gesagt, ja, machen wir. Wir machen es ad hoc. Eine gewisse, wie sagt man, Verwandtschaft zu meinem zivilen Beruf in der Justiz ist natürlich da schon sehr hilfreich gewesen. Ja, ich muss sagen, ich war süchtig. Und ich freue mich schon auf die nächste Verhandlung in der Hoffnung, dass der Schultheiß wieder hier ein entsprechend gerechtes Urteil spricht. In drei Jahren. Ja, da freue ich mich drauf. Danke. Danke auch. Es war ein schönes Fest. Es war ein unfallfreies Fest. Und es hat Spaß gemacht. Vor allem das Wetter hat mitgespielt.